hallo und herzlich willkommen bei mani neues video zu bis auf vermuta ein weiterer kleiner guide hier zum thema die schreine ich weiß jetzt selber nicht ganz genau wie die richtig im detail funktionieren aber ich kann euch so viel sagen sie funktionieren als kleines system für eure toten dinosaurie also ein ingame system sowie funktioniert das ganze ihr stellt euch immer hier auf diese fläche denn guckt und schreien dann könnt ihr ein kleines tänzchen aufführen das anlachen anschreien keine ahnung was ihr wollt müsst ihr natürlich nicht machen es reicht wenn ihr einfach drückt so dann gibt es jetzt verschiedene optionen einmal abbrechen natürlich wieder raus was das versprechen ist weiß ich jetzt nicht genau so dann gibt es aber opfergabe opfergabe drückt ihr drauf ihr bekommt einen text und ja normalerweise liegen jetzt punkte stehen ihr bekommen würdet und diese punkte werden euch auf einem internen konto gut geschrieben ich bekomme jetzt keine punkte weil mein dinosaurier ich sag mal gecheatet ist also atmen cheat und deswegen kriege ich ja auch keine punkte in nichts wir sagen jetzt aber trotzdem einfach mal ja sagt euer dino ist tot er wurde dem gott ja dem gott geopfert so du bist durch extrem stress gestorben also zu götter beten kann manchmal ist stressig sein wir gehen in die kreaturen auswahl zurück und dort sehen wir unseren tropeo natus tot jetzt können wir hier auf wiederbeleben klicken und sehen das sind die punkte die wir in den verschiedenen kategorien bräuchten um den wieder zu beleben hätten wir in allen kategorien die erforderlichen punkte könnten wir ihn hier wiederbeleben könnten jetzt theoretisch auch andere dinosaurier als opfergabe hin geben ihr seht bei mir aber ich krieg für nichts punkte habe ich den selber gecrowed habe ich nicht so okay habe ich nicht also ich bekomme keine punkte aber ihr könnt hier verschiedene dinosaurier anklicken und könntet sie jetzt zum beispiel opfern so für was ist denn das der aparte auch kummer den habe ich denn habe ich selber gekocht irgendwas habe ich mit dem gemacht auf jeden fall bekomme ich für den punkte und könnte ihn jetzt als opfergabe dahin ja als opfergabe dahin scheiden lassen ich drücke jetzt einfach mal opfergabe sie wird permanent verschwinden also der aparte würde komplett aus dem ja aus dem charakter menü verschwinden heißt den könnt ihr auch überhaupt nicht mehr wiederbeleben oder sonst irgendwas so jetzt drücken wir einfach mal opfergabe zack und er ist komplett raus also mein arpa ist weg aber wir wollen ja den truppe wiederbeleben jetzt sehen wir die punkte hier sind insgesamt alle ein bisschen gesunken vorher war es ja was 48 48 48 ne aber jetzt auf jeden fall weniger also wir müssen noch ein paar dinosaurier hochspielen opfern und können dann den truppe wieder erholen da kann ich euch einen kleinen tipp geben es finden auf den meisten servern finden ja immer irgendwelche nesting events statt und oftmals kriegt man ja ein dinosaurier da gefallen einem dann die vererbung irgendwann nicht mehr lasst euch nicht töten sondern lauft zu den schreien es gibt immer drei schreine also drei verschiedene schreine die auf den maps verteilt sind und opfert euren dino da weil ihr bekommt dafür punkte könnt dann euren dino wiederbeleben das ding ist bei diesem internen system wenn ihr euren dino wiederbelebt kommt ihr immer etwas kleiner wieder zurück als eure ursprungsgröße war ich sag mal bei einem 1 5 1 5 1 5 dino der wird dann als 1 2 oder als 1 1 3 er wiederkommen ist natürlich ein haufen spielzeit trotzdem aber er ist nicht ganz verloren und es gibt ja server die bieten weder revives noch die bieten halt keine revives also keine wiederbelebungen an und für solche server ist das natürlich ganz ganz gut sollte halt allgemein ist es eigentlich ein ganz gutes system ich finde es jetzt nicht schlecht aber die meisten server die bieten halt revives über in game währung also discord währung oder oder dies bei bei uns auf dem server ist wir haben so ein gg-formular wenn ihr dadurch in dem kampf gefallen seid und beschreibt diesen kampf ganz toll wie abgelaufen ist und alle können drüber lachen dann gibt es auch ein revives beziehungsweise wenn ihr meine streams guckt dann sammelt ihr kanalpunkte die kanalpunkte könnt ihr dann auch wieder in den revives umwandeln also jeder server hat also seine eigene methode wie man zu revives kommt und ja aber das ist die in game methode weil viele haben mich gefragt was machen diese schreiner eigentlich ganz dahinter gestiegen bin ich auch noch nicht aber ihr habt gesehen so ungefähr funktioniert das ganze wenn es jemand noch besser weiß als ich dann bitte in den kommentaren einfach mal eine detaillierte erklärung abgeben würde mich auf jeden fall freuen vor allen dingen was dieses versprechen ist an diesem schreien was ist dieses versprechen ich kann es mir so vorstellen dass ich mich diesem schreien versprechen kann und wenn ich dann in game irgendwo anders sterbe durch ja im kampf oder ich wurde gejagt oder sonst irgendwas bekomme bekommt dieser gott trotzdem noch ein teil meiner punkte also kommt teil der punkte gut geschrieben aber nicht alle ich glaube so kann ich mir das so kann ich mir das ganz gut vorstellen bitte schreibt rein wenn es komplett falsch ist also wie gesagt wenn es jemand besser weiß bitte einfach mal die kommentare schreiben wird mich auf jeden fall mega freuen ansonsten war es das mit dem tutorial zu den schreinen ja ich würde sagen wir sehen uns dann zum nächsten video wird mich auf jeden fall mega freuen wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir doch ein ja ein abon like da und so bis zum nächsten video ciao ciao money